Moin Leute was geht hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen wie ihr den Aquaman Alpha Carry Steel freischalten könnt nachdem ihr alle fünf Wochen Aufgaben beziehungsweise alle Aquaman Herausforderungen abgeschlossen habt und zwar kann man die Mission schon sehen da steht tauche über den Rand des Wasserfalls an der schönen Schlucht während du das Aquaman Outfit trägst ja ich zeig euch jetzt wo das ist Leute und zwar Leute befindet sich hier die schöne Schlucht und hier haben wir den Wasserfall Leute ich zeig euch nochmal auf der Karte das ist hier oben bei Lazy Lake ja und was ihr dann hier machen müsst Leute ihr geht ins Wasser mit dem Aquaman Outfit taucht einmal durch und fliegt hier durch ja das war's dann auch schon Leute falls ihr dann den Aquaman habt könnt ihr dadurch den Steel freischalten ich hoffe euch hat das Video gefallen falls ja lasst doch ein Like da schreibt mir in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video Ciao